Live aus Berlin. Das Thema bei Anne Will. Nach der Absage des Fußballspiels. Wie bedroht sind wir vom islamistischen Terror? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Berlin. Live sehen wir heute Abend, denn das sind unruhige Zeiten. Guten Abend, gestern. Das Länderspiel in Hannover wird aus Sicherheitsgründen nur anderthalb Stunden, bevor es losgehen soll, abgesagt. Heute früh dann ein Antiterroreinsatz in Paris. Über Stunden, sieben Stunden hat er gedauert. 5000 Schuss Munition, so hat der oberste Staatsanwalt gesagt, sind da verschossen worden. Es gab acht Festnahmen, zwei Tote darunter. Womöglich auch, aber das weiß man noch nicht so genau, der mutmaßliche Drahtzieher, der Anschlagsserie vom Freitagabend in Paris. Die Welt scheint aus den Fugen. Fühlen wir uns nur bedroht oder sind wir das auch? Darüber wollen wir heute Abend sprechen und diskutieren mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius, mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Bau, mit der Regisseurin Düsentikal, die einen Film über die Gräueltaten des IS an den Jesiden gemacht hat, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament von der CSU ist bei uns Manfred Weber und der Spiegel-Journalist und Buchautor Christoph Reuter. Herzlich willkommen. Herr Pistorius, am Abend danach mit dem Wissen, dass es keinen Sprengstoff gab, den man gefunden hat, jedenfalls, dass es keine Festnahmen gab, dass es nur diese Bombenattrappe im Zug gegeben hat. Und sagen Sie danach immer noch, es war richtig, das Länderspiel abzusagen? Uneingeschränkt. Es war die einzig richtige und einzig verantwortbare Entscheidung, dieses Spiel abzusagen. Und warum? Weil die Hinweise, die über das Bundesinnenministerium an uns herangetragen worden sind, vom Bundesinnenminister selbst, so eindeutig waren und so präzise, dass man wirklich ernsthaft davon ausgehen musste, dass es ein Bedrohungsszenario gibt. Und das war nicht allgemein gehalten, sondern das war sehr konkret, dass man wirklich davon ausgehen musste, dass etwas passieren kann. Und dann ging es schlicht um die Abwägung in einer solchen Situation, zu sagen, stellen wir die Staatsräson, den Wunsch, das Spiel stattfinden zu lassen, mit der Symbolwirkung, die ihm zu Recht beigemessen worden war, oder stellen wir die Sicherheit an die oberste Stelle. Und angesichts des Grates des Konkreten war keine Alternative denkbar, als das Spiel abzusagen, weil es eben mehr war als alles, was wir bisher hatten. Ermitteln Sie denn jetzt in irgendeine Richtung, die möglicherweise anknüpft an diesen Hinweis, von dem der Bundesinnenminister heute Abend gesagt hat, er sei von einem ausländischen Partner gekommen? Ja, es wird ermittelt, natürlich, selbstverständlich, es wird ermittelt mit den Ansätzen, die man hat. Und das passiert jetzt in der Folge in Verbindung, in Kooperation mit den anderen Sicherheitsbehörden. Klar ist aber, und das will ich auch nochmal sehr deutlich sagen, entscheidend ist, dass abgesagt wurde. Und wir davon ausgehen können, dass Schlimmeres verhütet worden ist. Und darum ging es am Ende. Die Bild-Zeitung hat heute gemeldet und die dpa zitiert das inzwischen auch. Es habe eine Gruppe gegeben von mehreren Angreifern, die mehrere Sprengsätze im Stadion hätten deponieren wollen. Und außerdem noch eine Bombe irgendwo in Hannover. Trifft das zu? Sie werden ganz bestimmt Verständnis dafür haben, dass ich der Informationsohrheit des Bundesinnenministers hier nicht in die Quere komme. Es sind Informationen, um die es im Zweifel geht, die der Bund hatte. Und deswegen kann ich es weder dementieren noch kommentieren. Weil Sie die Ermittlungen angesprochen haben, die ja auch in Hannover dann unter ihren. Klar, die Ermittlungen laufen dann aber seitens des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft. Und sind dann auch aus dem politischen Zugriff natürlich entzogen. Da Sie die Symbolik angesprochen haben, an der ja auch Sie, andere, auch die niedersächsische Regierung, der Bund, die Kanzlerin wollte kommen. Und war schon auf dem Weg, das halbe Kabinett hätte da sein müssen, da sein wollen, pardon. Hat man das Spiel allzu sehr hoch stilisiert in seiner Symbolik? Und ist deshalb der Absage dann möglicherweise doch ein Eingeständnis dessen, dass man sich einschüchtern lässt? Wiewohl man das ja genau beweisen wollte, dass man es nicht tut? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich bin nach wie vor der Auffassung, es war richtig, das Spiel stattfinden zu lassen. Es ist ja schon viel länger angesetzt, als wir überhaupt über Paris gesprochen haben. Es war richtig, es angesetzt zu lassen, weil es dieses Symbol hätte werden können. Nämlich das Symbol, zusammenzustehen, zusammenzurücken, sich nicht zu verkriechen und dem Terror auch die Stirn zu beten. Und was ist es denn jetzt für ein Symbol? Jetzt ist es kein Symbol. Oder wenn Sie so wollen, es ist eine Antwort auf die Frage, wie sicher ist dieser Staat, wie gut sind die Sicherheitsbehörden. Ich finde auch, das ist ein starkes Signal, dass wir zeigen konnten, die Sicherheitsbehörden haben recherchiert, sie haben ermittelt. Und sie sind zu einem Ergebnis gekommen, das dann bedauerlicherweise diese Konsequenz der Absage hatte. Aber auch das, finde ich, muss den Menschen ja zeigen und tut es ja offenbar auch, die Sicherheitsbehörden sind. Und jedenfalls in diesem Fall waren sie es in der Lage, so etwas zu verhindern oder eben rechtzeitig zu bewerten und zu solchen Entscheidungen zu kommen. Frau Teckert, Sie sind in Hannover geboren, Sie sind da aufgewachsen, Sie haben da studiert. Ihre Familie lebt in Hannover und Sie haben eine riesige Familie, denn Sie haben allein zehn Geschwister, die dort leben. Sie haben telefoniert heute mit der Familie. Was hat denn da die Absage ausgelöst? Eher Beruhigung oder eher Ängstigung? Sowohl als auch, aber zunächst einmal natürlich Angst und Beunruhigung bei allen Geschwistern, inklusive meiner Eltern. Und es kam aber auch ein Déjà-vu gleich, denn ich bin Hannoveranerin, das stimmt. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Ich bin auch Jesidin und das war so ein bisschen wie ein Déjà-vu. Denn im letzten Jahr haben mich die Verwandten aus dem Irak angerufen und nach Hilfe gerufen. Und plötzlich deckt sich das mit der anderen Seite und das ist etwas, was mich extrem schockiert, weil ich immer auch für mich gefühlt habe, das ist so weit weg. Du bist zwar Jesidin, aber du bist ja zum Glück in Deutschland. Und jetzt ist das Problem von dort plötzlich vor der eigenen Haustüre. Und wir müssen uns spätestens jetzt die Frage stellen, warum das nicht mehr losgelöst voneinander zu verstehen ist. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die innere Sicherheit in Deutschland auch im mittleren Nahen Osten verhandelt werden muss. Und was haben Ihre Geschwister gesagt? Meine Geschwister, das hat sich so zweigeteilt. Also die eine Hälfte hat gesagt, wir lassen uns keine Angst machen und das ist zwar komisch, es ist ein unangenehmes Gefühl, aber ich gehe jetzt trotzdem aufs Konzert. Und die andere Hälfte hat sich so den Ängsten erlegen. Und ich finde, das ist ganz symptomatisch auch für die Gesellschaft, in der wir gerade leben. Es geht jetzt darum, Haltung zu zeigen und zu überlegen, wie wir mit diesen neuen Lebensbedingungen umgehen. Und das Substantielle, dieses Diffuse, was wir, glaube ich, alle teilen, die wir heute hier sitzen. Also auch auf dem Weg hier habe ich gedacht, wie großartig, dass wir über alles reden können. Die Meinungsfreiheit, all die Dinge, die wir für selbstverständlich erachten, wenn die plötzlich bedroht werden, dann fokussiert man sich. Haltung zeigen, nehme ich auf, Herr Baum, und die Symbolik nochmal dieses Spiels, das ja ein Zeichen setzen wollte, dass man sich eben nicht einschüchtern lässt. Ist dann eine Absage ein richtiges oder ein falsches Signal? Das kann ich nicht beurteilen. Ich verlasse mich hier auf das, was die Verantwortlichen sagen. Ich vertraue Ihnen, dass Sie eine Entscheidung sich sehr genau überlegt haben. Ich möchte auch nicht alles wissen, was die Sicherheitsleute wissen. Allerdings, wenn der Innenminister sagt, er verunsichert uns eher, wenn er uns die Wahrheit sagt, dann werde ich misstrauisch. Aber es ist eine richtige Entscheidung gewesen. Sie haben recht, das Spiel war symbolisch aufgeladen. Aber warum nicht? Also es in dieser Situation Flagge zu zeigen, ist ja durchaus verständlich. Also ich finde, dass wir natürlich jetzt aufpassen müssen, ob es nicht eine Serie an Absagen gibt, mit welcher Elle wir an diese Dinge rangehen. Mir ist im Übrigen sehr viel lieber, wir sagen hinterher, es ist nichts gefunden worden, als dass etwas explodiert wäre. Und ich möchte mal das Land sehen, das mit einem Innenminister zu tun hat, der nicht rechtzeitig eine Entscheidung getroffen hat. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Verantwortung, die da getroffen werden muss. Und wir leben ja in einer neuen Phase des Terrorismus. Also ich, meine Phase, die ich aktiv erlebt habe, war der RAF-Terrorismus. Das war ganz anders. Er bezog sich auf Repräsentanten des Staates, auf Wirtschaftsführer, nicht auf die Bevölkerung. Und jetzt, das ist das Erschrecken, die neue Dimension, auch von Paris, dass eben wahllos geschossen wird, auf ein Café, in einem Theater. Das heißt, alle müssen sich bedroht fühlen. Und diese Komponente schreckt die Menschen auf. Wobei, Sie am Anfang gesagt haben, die Welt ist in Unordnung. Ich habe das noch nicht so empfunden wie in den letzten zwei Jahren, also nach dem Kriege. Was in Afrika los ist. Das müssen wir mal wahrnehmen. Was ist da alles passiert in Syrien? Jahrelang war die Völkergemeinschaft nicht in der Lage, da einzugreifen. Die Großmächte haben sich gefetzt. Und jetzt ist der Terror bei uns angekommen. Aber haben wir Anlass, Angst davor zu haben? Sie haben das Zitat des Bundesinnenministers angesprochen gestern, dass er durchaus manch einen hat aufschrecken lassen. Können wir uns noch mal kurz anschauen, was er auf der Pressekonferenz gesagt hat, neben Herrn Pistorius, der da auch da war. Was war der Gefährdungsgrund, warum Sie abgesagt haben? Was war der zeitliche Ablauf, dass die Entscheidung nachher so klar war, wie wir sie beide getroffen haben? Ich verstehe diese Fragen. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Sind Sie zusammengezuckt, Herr Reuter, als Sie das gehört haben gestern? Oder sagen Sie, naja gut, was soll's? Vielleicht hätte ich zusammenzucken sollen. Aber das Problem ist, was jetzt in Paris passiert ist, ist das, wenn man viel in Syrien unterwegs war, ist das, was jeden Tag passiert ist seit vier Jahren. Als der IS vor zwei Monaten zwei Kleinstädte, zwei eigentlich nicht wirklich wichtige Kleinstädte, die er einnehmen wollte, auf den Weg nach Aleppo, über zwei Wochen angegriffen hat mit Senfgasgranaten, mit Chemiewaffen, waren das hier kleine Nachrichten. Ja, der IS macht da irgendetwas. Die haben eine industrielle Fertigung für Lastwagen, die mit riesigen Stahlschildern geschützt sind, mit Sprengstoff gefüllt werden und dann gleichzeitig in alle Militärquartiere, in alle Checkpoints einer Stadt rasen, die angegriffen werden sollen. Also, das ist eine Militärmacht, die auch in ihrem geheimdienstlichen Gebaren, in ihrem strategischen Planungskalkül so agiert, dass das, was wir in Paris erlebt haben, so furchtbar das ist, etwas ist, was technisch sehr simpel ist. Und trauen Sie dieser Gruppe, und über die arbeiten Sie sehr lange, der sogenannte Islamische Staat, wie er sich hochtreibend selber nennt, trauen Sie diesem IS zu, dass er nun weitere Anschläge in Europa verübt, nachdem das am Freitag ja zum ersten Mal gelungen ist? Es ist nicht eine Frage des Könnens, sondern es ist eine Frage des Kalküls. Ob er Anschläge in seinem Kalkül für nützlich hält oder nicht, an seiner Fähigkeit haben wir seit langem nie gezweifelt. Die sind nicht wie Al-Qaida, die denken, ich bombe, also bin ich, sondern sie überlegen sich vor all ihren Schritten, was man im militärischen Bereich wunderbar über zwei Jahre nachverfolgen konnte, nützt es mir, kann ich siegreich sein oder werde ich verlieren oder schadet es mir. Anschläge haben Sie, glaube ich, nicht begangen vorher, weil Sie das Gefühl hatten, vielleicht sind die Gegenreaktionen für uns problematischer, verheerender als das, was wir erreichen. So, jetzt haben wir aber eine andere Lage. Wir haben eineinhalb Millionen syrische Flüchtlinge in Zentraleuropa. Und dann liegt ein einziger syrischer Pass bei einem der Attentäter, überdies gefälscht, mit griechischen Stempeln, die ausweisen, dass die Person, die diesen Pass dabei hatte, geflüchtet ist. Das heißt, en passant hat man unter Generalverdacht alle Syrer. Man bringt die Verhältnisse hier zur Erschöpfung. Ja, aber warum jetzt? Weil die Flüchtlinge vor einem Jahr noch nicht da waren. Die Franzosen sind plötzlich Kriegsteilnehmer, wenn man das Wort Krieg überhaupt benutzen darf. Ja, perfekt. Das tue ich nicht. Die Russen auch. Das russische Flugzeug darf man nicht vergessen. 224 Tote. Und dann die Franzosen. Das spricht doch eigentlich dafür, dass sie sich etwas in der Defensive befinden. Der IS, ja, oder nicht? Nein. Wenn Sie, ähm, wenn Sie die Zeit haben, wenn Hollande, wenn die Armee unter dem Druck, dass sie jetzt etwas tun müssen, sich überlegen, okay, wir gehen mit 40.000 Mann Bodentruppen rein, um den IS vor Ort on the ground zu bekämpfen. Mit wem werden die das tun? Am Ende wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als mit Assad zusammen zu gehen. Mit dem Mann, den Sie absetzen wollen. Mit dem Regime. Ein Verbrecher. Ja, genau. Aber mit wem soll eine Armee nach Syrien gehen? Und die Russen werden Ihnen sagen, wir machen das zusammen, das geht schon, wir bekämpfen den IS. Nur jeder, der in letzter Zeit angekündigt hat, den IS bekämpfen zu wollen, wie die Türken, hat die Kurden bombardiert, wie die Russen haben die Rebellen bombardiert. Und die große Gefahr ist, dass dies eine Falle ist. Eine wunderbar strategische Falle des IS. Eine Macht, eine Streitmacht geht rein. Letztlich mit Assad. Und unversehens, ohne dass wir es wollen, werden die Rebellen, die eine Alternative hätten sein können, weder ein Monster noch ein Massenmörder, die werden zu Feinden. Also die Beschmerger, nicht? Aber die Frage war doch, so habe ich Sie verstanden, Herr Bau, und meine Frage war in jedem Fall so gemeint, warum passiert das jetzt? Macht der IS da plötzlich eine neue Strategie, die uns dann befürchten lassen muss, dass es weitere Anschläge diesen Zuschnitts gibt, auch in Deutschland? Das war meine Frage, anknüpfend auch an das, was der Innenminister da ja auf eine Art insinuiert hat. Mindestens hat man es rausgehört als kurz mal erschrockener Bürger, der bislang noch nie gehört hatte von der Absage eines Länderspiels wegen Sicherheitsgründen. Hört dann, ich möchte nicht alles sagen, weil ich die Bevölkerung nicht verunsichern will. Ist sowas gemeint? Ich würde vermuten, ja. Warum sind Anschläge verhindert worden? Weil man diese 400 Gefährder überwacht, weil man die Leute, die irgendwann mal aktenkundig geworden sind, überwacht. Der IS ist nicht dumm. Das ist eine lernende Organisation. Die haben begriffen, dass all diese verhinderten Anschläge, wie der in Belgien, kurz nach Charlie Hebdo, wo das Auto der Belgier verwandt war, die Wohnung verwandt war, und die wurden festgenommen, als sie sagten, so, jetzt gehen wir los. Wenn ich Leute habe, die keine Gefährder sind, die überhaupt nicht aktenkundig sind. Aber die Franzosen waren doch Gefährder, die Terroristen vom Breitag. Nicht alle. Nicht alle. Sechs. Ja, oder? Sieben standen auf der No-Fly-Liste. Und der IS ist grandios darin, über einen langen Zeitraum Schläferzellen zu etablieren, Leute einzuschleusen. Das haben sie an mehreren Orten gemacht. So, wenn ich Leute habe, die nicht auf der Gefährder-Liste stehen, wir wären die perfekte Terrorgruppe, weil keiner kommt darauf, dass wir es sind. Das ist das große Risiko. Und dem wird man auch nie Herr werden können. Aber die Frage ist, will der IS das oder will er es nicht? Das wird in seinem Kalkül liegen. Und es ist zu früh zu sagen, was sie wirklich tun werden. Aber die Bilder der Angst, die Bilder der Angst, die wir gesehen haben in Paris, ein Feuerwerkskörper explodiert, die Leute hechten über die Bistro-Tische. Das ist es, was er will. Die Absage auch? Ist es das auch, was er will? All das. Das ist ja ein mechanistisches Programm. Es gibt die Trittbrettfahrer, vielleicht gibt es welche, die sich wirklich sprengen wollen. Es erschüttert unsere verwundbare Gesellschaft. Und diese Angst wollen Sie nicht unbedingt nur, damit wir zur Gegenreaktion schreiten, sondern vielleicht, damit wir sagen, macht da unten, was ihr wollt. Wir werden euch nicht mehr angreifen. Herr Weber, seit Freitag hören wir ja eigentlich andauernd, oder seit Samstagfrüh, das war ja in der Nacht auf Samstag, hören wir andauernd und haben es auch früher schon mal in anderen Fällen gehört, wir dürften uns durch den Terror nicht irritieren lassen. Wir dürften uns nicht davon abbringen lassen, in der von uns gewählten Art zu leben, zu denken. Tun wir das jetzt inzwischen nicht schon längst? Natürlich kann man nicht tun, als sei nichts passiert. Wir haben einen schweren Terroranschlag erleben müssen, alle miteinander. Wie bereits angesprochen, nicht der erste in Europa. Wir haben Madrid bereits gehabt, wir haben London bereits gehabt, wir haben dann Charlie Hebdo am Beginn dieses Jahres gehabt, dann zwischendurch weitere Anschläge, auch in Kopenhagen und in vielen Städten Europas. Und jetzt dieser Schwere wieder in Paris. Und da kann man nicht tun, als sei nichts passiert. Deswegen hat es Einfluss. Das Entscheidende ist, wie wir reagieren, ob wir entschlossen und besonnen reagieren. Das sind, glaube ich, die zwei Maßstäbe, die wir anwenden müssen. Und ich glaube, dass Hannover uns, die Entscheidung von gestern, die ich niemandem abnehmen will, der solche Entscheidungen fällen muss, da habe ich Respekt vor den Persönlichkeiten und von den Verantwortlichen, die das zu entscheiden haben, zeigt uns aber sehr deutlich, dass es nicht um eine nationale Frage geht, sondern um eine europäische Frage geht. Auch die Warnhinweise kamen ja von befreundeten Partnern. Also hat die Kooperation ja auch ein Stück weit funktioniert, dass wir in Europa uns unserer gemeinsamen Herausforderung bewusst sind und zusammenarbeiten. Ich darf noch mal schildern, ich komme jetzt gerade aus Brüssel, aus dem Europäischen Parlament. Vor dem Europäischen Parlament steht bewaffnetes Militär. Das heißt, die Bedrohungslage ist in anderen Ländern, in Belgien, in Frankreich, noch mal ganz anders wahrnehmbar, als es bei uns in Deutschland derzeit der Fall ist. Ich fühle mich einerseits dabei sicherer und andererseits natürlich dabei unsicherer. Und in dem Spannungsverhältnis bewegen wir uns. Das ist die eine Seite, die Emotionen, die mitschwingen. Und das Zweite ist jetzt die ganz praktische Antwort, die wir zu geben haben. Ich glaube, dass wir in Europa an der besseren Vernetzung unserer Ermittlungsbehörden arbeiten müssen. Beispielsweise gibt es in Deutschland seit einigen Jahren eine Gefährderdatei. Die Landeskriminaländer sind vernetzt, damit wir wissen, wer wen überwacht auf Landesebene. Ist das auf Bundesebene in einer Datei zusammengefasst? Und wenn es richtig ist, dass Bayern mit Baden-Württemberg eng zusammenarbeitet, dann ist es auch richtig, dass Bayern mit Österreich eng zusammenarbeitet. Dass wir dort wissen, wer die Gefährder sind. Oder dass Niedersachsen mit den Niederlanden und mit Belgien auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeitet. Wir brauchen also eine gemeinsame europäische Gefährderdatei. Das heißt, Vernetzung ist das Ziel. Partnerschaftliches Arbeiten, um die Sicherheit zu verbessern, ist unser gemeinsames Ziel in Europa. Ist das ein guter Vorschlag? Theoretisch ja, in der Praxis wohl deshalb nicht, weil die europäischen Staaten noch gar nicht so weit sind gedanklich. Das ist jedenfalls mein Eindruck, gerade wenn es um hoheitliche Angelegenheiten geht und Sicherheit gehört dazu, neigt man nach wie vor dazu, sich einzuigeln und im eigenen Schneckenhaus zu verharren und die eigenen Informationen als eigenen Schatz zu bewerten. Und erst wenn es konkret wird, tauscht man sich aus im Rahmen eines Goodwill. Aber richtig scheint mir zu sein, dass wenn wir über ein Europa in einem Schengen-Raum reden, mit einer gemeinsamen Außengrenze, dann muss man über kurz oder lang auch über eine gemeinsame Außensicherheits- aber auch Innensicherheitspolitik reden. Und eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Und eine gemeinsame Flüchtlingspolitik wäre zum Beispiel die erste Maßnahme. Aber wir sehen ja, dass wir schon an dieser humanitären Aufgabe eigentlich scheitern. Von daher bin ich nicht so furchtbar optimistisch, dass es gelingt, dass bei der Sicherheitspolitik enger zusammengerückt wird. Aber nötig wäre es, weil wir so uns in der Tat sicherheitspolitisch auch ein Stück weit atomisieren und darauf angewiesen sind, dass Informationen uns in dem Zeitrahmen erreichen, in dem wir sie brauchen. Es gibt eine Zusammenarbeit, die ist gut. Die gab es ja offensichtlich gestern. Die gab es gestern. Oder war das ein Zufall? Ja, ein Zufälle glaube ich in solchen Zusammenhängen schon mal grundsätzlich nicht. Nein, ich meine, ein Zufall, dass ein ausländischer Partner dann den Hinweis gibt. Das kann so sein. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Aber entscheidend ist, diese Hinweise gibt es und sie funktionieren. Aber wir können nicht wirklich sagen, dass das auf einer belastbaren, strukturierten Basis passiert. Und darüber wird man sich in der Tat Gedanken machen. Jetzt will ich manches verstehen. Herr Weber hat ja erzählt, dass er diese hochgerüsteten Menschen da in Brüssel stehen sieht. Sie haben gestern das Spiel abgesagt. Wir haben von Herrn Reuter gehört, dass er eine Gefahr sieht, dass es weitere Anschläge geben könnte. Das hielte er für möglich, dann, wenn es dem IS nützt. Das würde der für sich so entscheiden. Bitte klären Sie uns auf, Herr Pistorius. Werden wir mit weiteren Absagen rechnen müssen von Großveranstaltungen, Weihnachtsmärkte etwa, die jetzt am Wochenende eröffnet werden sollen, Bundesligaspiele, Konzerte, die es gibt? Das ist nicht auszuschließen. Und zwar schon deshalb nicht, weil die Situation heute, was terroristische Bedrohungen angeht, eine andere ist als vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Die Zielauswahl ist willkürlicher. Es geht nicht mehr so wie früher um bestimmte Amtsträger oder Wirtschaftsbosse. Es geht um Angst und Schrecken, der verbreitet werden soll bei der Zivilbevölkerung. Und zwar der, die in Freiheit leben will. Und immer mehr Absagen verbreiten die nicht auch immer mehr Unsicherheit? Nein, das ist die Frage. Also ich bin der festen Überzeugung und ich habe das heute Morgen schon mal geschildert, die Sicherheitsbehörden kriegen jeden Tag auch in ruhigen Phasen hunderte von Hinweisen. Von Verrückten, von Verunsicherten, von Verängstigten, von Trittbettfahrern, von Resonanztätern. Das gibt es jeden Tag. In Phasen wie diese potenziert sich das nochmal. Natürlich. Nach Paris haben sie ein entsprechendes Mehraufkommen von solchen Meldungen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Polizei und Sicherheitsbehörden insgesamt natürlich über Jahrzehnte eine gewaltige Kompetenz gesammelt haben und Erfahrung gesammelt haben, wie man unter welchen Aspekten welcher augenblicklichen Zeit diese Hinweise bewerten muss. Und das heißt, je konkreter die Situation ist, desto besser kann man bewerten. Und wenn man in einer bestimmten Phase wie jetzt bestimmte Hinweise bekommt, bewertet man die anders, als wenn der gleiche Hinweis von vor zwei Wochen gekommen wäre. Das heißt, im Umkehrschluss auf Ihre Frage, natürlich wird es mutmaßlich wieder Veranstaltungen geben, die abgesagt werden. Aber nur dann, wenn die Hinweise so konkret sind und aufgrund der Kompetenz der Sicherheitsbehörden so belastbar bewertet werden können, dass das als die einzige Möglichkeit erscheint. Ansonsten wird es immer wieder Situationen geben, und das hat Herr de Maizière heute auch gesagt in einem Interview, richtigerweise gesagt, dass Situationen denkbar sind, in denen die Sicherheitsbehörden eben sich entscheiden, trotz bestimmter Hinweise, deren Belastbarkeit man aber nicht abschließend bewerten kann, eine Veranstaltung stattfinden lässt. Das ist das Risiko des Lebens im öffentlichen Raum, mit dem wir wohl leben werden müssen. Könnte es zu dem Schluss führen, dass Sie gar keine Anstrengungen mehr machen, sondern nur damit drohen. Und dann kann das immer weitergehen. Das erhöht die Anforderungen an die Art und Weise, wie solche Hinweise bewertet werden. Aber die Bewertung der Lage ist eine Sache. Was machen Sie denn mit den Gefährdern? Das sind 450, 500 Leute, die kennen wir. Ein Teil ist zurückgekommen aus Syrien. Es ist ja ganz unmöglich, jeden einzelnen Tag für Tag zu überwachen. Der Bundesinnenminister hat dazu heute einen interessanten Begriff gesagt. Er hat gesagt, wir halten Sie unter Wind. Was soll das eigentlich heißen? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Ich weiß nicht, ob er das Gleiche damit meint, wie ich es verstehe. Ich würde es wahrscheinlich anders formulieren. Ich würde sagen, wir haben ein wachsames Auge auf Sie, nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das funktioniert natürlich auch gar nicht. Aber es gibt schon, wir hatten gerade gestern, nicht im unmittelbaren Zusammenhang stehend mit der Länderspielabsage, aber im Zusammenhang stehen mit Paris eine Maßnahme gegen Hildesheimer Islamisten, wo dann eben auch Überprüfungen stattgefunden haben und auch eine vorübergehende Festsetzung. Also die Sicherheitsbehörden tun alles, was sie können, und das ist viel, diese Menschen im Auge zu behalten. Aber wir dürfen auch nicht den Eindruck vermitteln, 420 Gefährder heißt 420 potenzielle Sprengstoffgürtenträger. Auch darauf müssen wir aufpassen. Es kann passieren, aber 420 Leute rund um die Uhr so zu bewachen, dass sie nicht aus dem Ruder laufen, funktioniert nicht. Hilft es denen auf den Füßen zu stehen, den sogenannten Gefährdern? Da muss man vielleicht noch mal, um den Begriff klarzumachen, sagen, das sind ja Islamisten, denen man zutraut, dass sie eine Tat verüben. Deutsche, in der Regel Deutsche. Ja, also Deutsche, Deutsch-Deutsche, Marokkanische, Doppelstaatsbürgerschaften. Gefährder sind letztlich relativ dumme Menschen, weil sie, wie damals diese Sauerland-Gruppe, so dermaßen aktenkundig geworden sind, dass sie davon ausgehen müssen, überwacht zu werden. Und noch mal, Anschläge wurden verhindert, weil diese Leute überwacht wurden. Aber wenn wir so statisch jetzt davon ausgehen, okay, wie viele Gefährder haben wir? 420. Das sind die Gefährder. Das sind die Gefährlichen. Die heißen ja schon so. Die anderen 80 Millionen, die hier leben, sind nicht gefährlich. Aber bei Charlie Hebdo standen doch alle in der Liste. Auch die vom Freitag. Die Amerikaner haben von den 7 Tätern vom Freitag 6 auf der No-Fly-Liste. Das ist eine Stigmatisierung stärkster Art. Ja gut, aber das eine sind die No-Fly-Listen und das andere ist die Fisch-Ess-Liste der französischen Sicherheitsbehörden. Was heißt das? Ja, das ist quasi die Akte, wo wir sagen würden, Gefährderlisten der Franzosen. Das ist ein Unterschied. Und einige standen auch auf gar keiner Liste, sondern waren eben beispielsweise, wie der, wenn es überhaupt sein gefälschter Pass war, als syrischer Flüchtling getarnt nach Europa gekommen ist. Und ich glaube, Herr Reuter hat völlig recht. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es nicht die 420 Gefährder in erster Linie sind, auf die wir uns vorbereiten müssen, sondern darauf, dass es einfach Situationen gibt, bei denen Menschen von außerhalb Europas, von außerhalb der Länder den Weg suchen und gemeinsam mit vielleicht dem einen oder anderen vor Ort solche Anschläge dann vorbereiten und durchführen. Das ist, glaube ich, eher das Szenario. Oder die schon länger hier sind. Ich will mal kurz dazu schieben. Frankreich, das haben wir jetzt verschiedentlich angesprochen. Frankreich hat heute Morgen wieder eine Antiterroraktion erlebt, die ja nicht von schlechten Eltern war. Das kann wirklich Angst machen, was da abgeht. Ich hatte es am Anfang der Sendung schon mal angesprochen. Danach hat der für Terrorismus zuständige oberste Staatsanwalt gesagt, man habe, Zitat, eine neue Gruppe von Terroristen neutralisiert, die bereit zum Angriff waren. Halten Sie das für glaubhaft? Natürlich ist das glaubhaft. Keine Frage. Die Netzwerke dort gibt es, die Gefährder gibt es, die Menschen, die bereit sind, in den Tod zu gehen, die Wahnsinnigen, die diese Barbarei verursacht haben, die diese Terroranschläge verursacht haben. Und es stellt sich zunächst für uns wirklich die Fragestellung, erstens, wie können wir Informationen austauschen? Es ist schon Wahnsinn zu sehen, dass wir beim Amsterdamer Bomber, der in einem Flieger in Amsterdam eingestiegen ist, dass der in Großbritannien und in Frankreich in der Liste war, aber in Amsterdam eben nicht auf der Liste war. Und das kann so nicht bleiben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, wir müssen uns einfach als Europäer, als Deutscher, als Franzosen, als Belgier ganz kritisch die Frage stellen, wie kann das passieren, dass Menschen, die bei uns aufwachsen, in unserer Gesellschaft aufwachsen, in Paris, in Belgien, in Brüssel oder bei uns in Deutschland, dass die dann in diesem Wahnsinn abgleiten. Und das ist eine Frage, die wir uns selbst zunächst aufstellen müssen. Ja, was machen wir präumtiv? Ich wollte aber noch zu einem anderen Punkt kommen. Deshalb habe ich auch gefragt, halten Sie es für glaubhaft, weil Frankreich natürlich jetzt auch unbedingt einen Erfolg braucht, der auf Polizeiarbeit oder auf Arbeit der Staatsanwaltschaft zurückzuführen ist. Hintergrund ist ja, Frankreich hat seit den Attentaten von Charlie, die mit Charlie Hebdo im Zusammenhang standen, hat Frankreich unheimlich aufgerüstet. Die Sicherheitsgesetze verschärft, hat einen Ausnahmezustand, hat Personal eingestellt, materiell die Polizei und die anderen Behörden besser ausgestattet. Dennoch sind ja am Freitag nach die schlimmen Anschläge wieder geschehen. Frankreich fühlt sich seitdem im Ausnahmezustand einmal mehr und wieder neu, will morgen noch mal mehr Bürgerrechte einschränken, Versammlungsfreiheit, Hausdurchsuchungen kann es geben, bei Menschen, die man für verdächtigt hält, auch bei anderen, die nur im Umfeld dieser Verdächtigen sind. Machen die das richtig, die Franzosen? Ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass Frankreich massiv erschüttert ist, dass das emotional das gesamte Volk bewegt. Und ich würde ausdrücklich sagen, es sollte uns alle in Europa bewegen, was da passiert ist, weil es kein französischer Anschlag war, um das noch mal deutlich zu sagen. Deswegen finde ich das richtig, was da gemacht wird, jetzt mit den Möglichkeiten, die der Rechtsstaat auch in Ausnahmesituationen gibt, jetzt mit aller Klarheit gegen die Zellen vorzugehen. Und es wurden in einigen Bereichen Waffen festgestellt, auch in Straßburg, in anderen Städten in Frankreich wurden entsprechende Waffenfunde festgestellt. Das ist richtig, dass wir das jetzt dingfest machen, das erwarten die Menschen. Wie gesagt, man kann nicht tun, als sei nichts passiert. Und ist das Modell auch für Deutschland? Nein, das ist jetzt für Deutschland nicht das Modell. Nein, ich glaube, dass wir mit unseren Behörden derzeit auch energisch genug vorgehen. Auch wir sind wachgerüttelt jetzt durch die Vorkommnisse der letzten Tage. Es gilt immer, die Balance zu wahren zwischen der Freiheit, zwischen der Rechtsstaatlichkeit und dem, was an Sicherheit zu tun ist, weil wir uns ja nicht diktieren lassen wollen von den Terroristen, wie wir zu leben haben. Aber klar ist auch, wir haben einen schweren Terroranschlag gehabt und müssen jetzt agieren. Errechnen Sie damit, Herr Baum, dass wieder Forderungen nach Verschärfung von Sicherheitsgesetzen kommen? Das sind zum Teil Symbolgesten. Wir tun alles. Da gibt es Regionalwahlen, da gibt es Le Pen. Also der Präsident will den Eindruck erwecken, er macht alles Mögliche. Er ist ein Feldherr in dem Moment. Und diese Maßnahmen sind ja normalerweise auf zwölf Tage beschränkt. Ganz genau, jetzt wird er morgen beschließen lassen, drei Monate. Und ich sage Ihnen, Sie haben ja eben einige Maßnahmen aufgeführt, die wären bei uns schlicht verfassungswidrig. Ich sage, wovon ich spreche. Weil Sie dann immer klagen. Und sie sind auch nicht nötig, sie sind unverhältnismäßig. Ich bin für alle vernünftigen Dinge, die wirklich Sicherheit gewährleisten und Freiheit nicht unnötig aufs Spiel setzen. Und das sind Symbolgesten, die viele Unbetroffene einbeziehen. Das ist ja immer das Problem. Nicht die Tatverdächtigen oder die in der Nähe der Tatverdächtigen sich befinden. Sondern wahllos jetzt alle, zum Beispiel speichern, den ganzen Flugverkehr. Alle Fluggäste in Europa. Das gibt es bisher nicht. Die Amerikaner haben eine besondere Barriere aufgestellt für die Einreise. Okay, das ist ihre Sache. Jetzt wird also das europäische Überwachungssystem auf die Fluggäste gerichtet. Da wird also gespeichert, neben wem ich im Flugzeug gesessen habe. Und das auf Monate oder immer auf Dauer, das ist also eine neue Vorratsdatenspeicherung, die einfach die Dimension des Rechtsstaats einfach sprengt. Finden Sie das richtig, dass es das gibt? Hollande hat sich ja jetzt beklagt, dass das immer noch nicht eingeführt worden ist, wiewohl er das seit dem Januar gerne gesehen hätte, als Reaktion auch auf die Charlie Hebdo. Wir wissen, dass Daten heute in der Welt, in der wir heute leben, Macht bedeuten. Das gilt für Wirtschaftskonzerne. Denken Sie an Google und Facebook. Und das gilt aber auch für Ermittlungsbehörden. Und Ermittlungsbehörden brauchen Daten, um die auszuwerten. Deswegen glaube ich, dass eine temporäre, zeitlich befristete Speicherung von Flugdaten sinnvoll ist. Zu überwachen, wenn regelmäßig jemand nach Afghanistan, nach Syrien usw. reist, macht Sinn und gibt Informationen. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein großer Eingriff ist. Übrigens haben wir in Europa einen europäischen Gerichtshof, der jetzt mehrfach bewiesen hat, zum Beispiel bei den Amerikanern mit Saif Harbert, zum Beispiel mit der Vorratsdatenspeicherung, dass der EuGH wirklich die Grundrechte der Europäer sichern kann. Trotzdem darf man nicht mit dem Grundrechteschutz jede zukünftige Initiative, die Sinn macht, gleich in die Ecke stellen. Deswegen, wir brauchen Behörden, die in der Lage sind, mit solchen Daten auch zu arbeiten. Übrigens gehört dazu auch die Finanzierung von Terror. Die Amerikaner haben ein System, um bei der Finanzierung von Terror, zum Beispiel ganz praktisch, wenn über Eurocard und Mastercard Finanzgeschäfte in Syrien abgewickelt werden, im Umfeld, dann ist das für die Ermittlungsbehörden ein interessanter Punkt. Und über solche Fragen muss Europa auch reden dürfen, ohne gleich wieder mit dem Datenschutz. Ich kann nicht mehr die Beweislastumkehr für kriminell erworbenes Vermögen hin. Also nur noch eine Bemerkung. Frau Technik, ich will Sie in die Diskussion noch mal reinholen, weil Sie ja eben zu Recht gesagt haben, Sie schauen aus zwei Perspektiven auf dieses Thema. Zum einen als Deutsche. Sie sehen sich auch neu aufgefordert nachzudenken, wenn Sie hören, ein Länderspiel wird abgesagt, was es bislang noch nicht gegeben hat. Aber Sie schauen auch mit der jesidischen Perspektive auf dieses ganze Thema und wissen, was dieser IS den Jesiden an Furchtbarem angetan habe. Sie sprechen von einem Völkermord. Wenn Sie hier von Maßnahmen hören, fühlen Sie sich dann anders noch mal gesichert? Oder sagen Sie, man muss diesen Brüdern so brutal begegnen, wie es nur irgendwie einem einfällt? Also wenn ich ehrlich sein darf, zunächst einmal fühle ich mich veräppelt, weil ich mich frage, habt ihr nicht hingeguckt? Also das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also das war ja abzusehen. Und es hatte sich ja angedeutet. Und ich kann mich erinnern, als im letzten Jahr... Angedeutet, dass auch wir bedroht werden? Dass alle bedroht werden. Dass der Terror alle betrifft. Und dass der keinen Halt macht. Weder vor der vergleichsweise größten Religionsgemeinschaft der Welt oder der kleinsten. Wie meinetwegen bei den Jesiden. Für den IS sind wir alles. Ein Haufen Schergen. Und dieses Angst- und Schreckenprinzip wird ja jetzt eben auch ganz bewusst eingesetzt. Im Grunde genommen ist es für mich so, dass ich mich frage, warum wir erst jetzt reagieren. Und wir haben uns das Problem selber gemacht. Also wir müssen uns erst mal an die eigene Nase fassen. Denn hätten wir eher reagiert, dann hätten wir sozusagen auch den IS entmystifiziert. Ich sehe es auch ein bisschen anders als Sie, Herr Reuter. Weil ich sehe schon, dass diese Handlungen, die gerade betrieben werden, die auch sehr einfach sind, das sind ganz einfache Lösungen. Also die Saat des Salafismus geht einfach auf, wenn ein einfacher Mann sich in die Luft jagt hier in Europa. Und vor Ort ist es zum Beispiel so, dass sie im Moment besiegt werden. Das heißt, der Mythos bricht gerade zusammen vor Ort. Also vor wenigen Tagen ist Schingal befreit worden. Und was ist passiert? Die Jungs sind weggerannt vom islamischen Staat. So sieht das aus. Und in Kobane hat die Jeper-Ger zum Beispiel auch bewiesen, dass der IS besiegbar ist. Und das ist gefährlich für die, weil die mit Angst und Schrecken arbeiten. Und wenn das sozusagen dann nicht mehr funktioniert, dann haben die Jungs ein Problem. Und deswegen wurde das verlagert nach Deutschland. Und müsste dann auch in Deutschland mehr Härte gezeigt werden? Selbstverständlich. Um was wäre das? Also wenn wir den ganzen Tag über den Rechtsstaat reden, dann müssen wir uns doch erst mal fragen, ob das überhaupt funktioniert hat. Also da müssen wir doch mal wirklich uns auch selber bewusst machen und hinterfragen, ob wir da ehrlich sind zu uns. Denn der hat eigentlich versagt. Und das ist das Traurige, denn wir basieren ja alle auf unserem Rechtsstaat. Aber der Rechtsstaat, der wird gerade angegriffen. Wo hat er versagt? Woran machen Sie das fest? Wir müssen uns verteidigen, allein aufgrund der Tatsache, dass wir uns an dieser Art und Weise verteidigen müssen und was der Rechtsstaat alles aushalten muss. Wenn ich jetzt mal konkret werde, wir reden von Gefährdern, wir reden aber auch von 7000 Salafisten, die treiben tagtäglich ihr Unwesen. Da braucht man ja nur rausgucken. Bei den Koran-Verteilaktionen, wo wir wissen, dass sozusagen IS-Kämpfer rekrutiert werden, das würde ich wirklich verbieten. Dann würde ich dazwischen gehen. Ich würde auch das Angebot, was wir machen als Rechtsstaat und auch das Grundgesetz, was wir haben, würde ich auch verpflichten. Und ich würde auch, bevor wir über Flüchtlinge, Werte, die darin vermittelt werden, dass wir die auch abfragen. Also wir reden über die Flüchtlingsströme, die kommen, aber machen wir uns doch mal Gedanken über die gescheiterte Politik, die wir vorher betrieben haben. Die Integrationspolitik. Das ist richtig. Denn es war so, an der Front da unten wird Deutsch gesprochen, auf beiden Seiten. Sowohl IS-Kämpfer als auch Anti-IS-Kämpfer. Und das hat was damit zu tun, dass hier, selbstverständlich, aber das zeigt, wie europäisch das Problem ist und dass es zu arrogant ist oder ein Luxusproblem zu denken, wir hätten damit nichts zu tun. Wir haben zu lange weggeguckt und jetzt fliegt uns das um die Ohren. Aber nicht nur Syrien. Jetzt brennt es Gewalt. Aber nicht nur Syrien. Ist das eine Maßnahme? Salafisten verbieten, Moschehen schließen, Hassprediger festsetzen? Ich weiß ja nicht, was man jetzt von einem Innenminister erwartet oder ich ahne es. Aber ich werde diese Rolle nicht einnehmen. Ich bin ein überzeugter Verfechter unseres Rechtsstaats und der Grundrechteordnung, die wir haben. Und dazu gehören Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit und viele andere wertvolle Errungenschaften, die wir verteidigen sollten, die nach 70 Jahren keineswegs so selbstverständlich sind, wie es gelegentlich den Anschein erweckt. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir diese rechtsstaatlichen Werte hochhalten und ich halte den Rechtsstaat auch nicht für, wie soll ich sagen, nicht widerstandsfähig oder gar nicht wehrhaft. Dafür halte ich ihn definitiv nicht. Wir haben nur andere Instrumente und ich sage mal, 7000 Salafisten, das Verteilen von Koran in den Fußgängerzonen zu verbieten, löst das Problem nicht. Nach meiner festen Überzeugung. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass innerhalb unserer Gesellschaft die richtigen Weichen gestellt werden, dass Verführung nicht so leicht gelingt und dass über Religion gestritten wird. Aber findet das denn statt? Darf denn hier adäquat über Religion gestritten werden? Also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Islam sind. Über den Punkt sind wir sofort an der Meinung. Genau, dürfen wir wirklich Fragen stellen. Auch das ist Teil des Rechtsstaates. Im Grunde genommen, das finde ich ganz gefährlich, findet so eine Umkehrung statt. Denn es geht ja nicht darum, dass wir Ihnen Ihre Werte nicht belassen, sondern Sie bedrohen ja unsere. Sie lassen uns ja nicht so sein, wie wir sind. An dem Punkt sind wir völlig an der Meinung. Wir müssen viel mehr streiten über Religion und ihre Rolle in der Gesellschaft, gerade auch beim Islam natürlich. Aber wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als sei der Islam das Problem. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber das habe ich auch nicht behauptet. Das beginnt schon bei viel kleineren Themen. Nehmen wir aber das Beispiel, die Fragestellung, ob wir das Prinzip Gleichberechtigung Mann und Frau durchsetzen. An der Schule, Schwimmunterricht. Das Beispiel, setzen wir durch, dass Schwimmunterricht zum Schulunterricht in Deutschland gehört. Und dann muss auch ein islamisch geprägtes Kind aus einem solchen Elternhaus einfach Anteil nehmen. Setzen wir das durch oder setzen wir es nicht durch? Und da beginnt es ja schon. Wo beginnt die Toleranz? Wo fangen wir damit an, das zu akzeptieren, dass Gesellschaft ein Stück weit verändert wird? Und da bin ich für einen Knallhakenkurs. Da bin ich dafür, dass wir die Pistos wir in dieser Gesellschaft für richtig finden. Und einen Punkt darf ich noch sagen, nämlich die Frage, warum gelingt es da so viel Faszination in unserer Gesellschaft auszulösen. Den Punkt, da muss man schon mal drüber reden, wir haben leider Gottes enorme Radikalisierung über das Internet. Enorme Radikalisierung über das Internet. Über die Videos, über die Facebook-Einträge und so weiter, die wir dort haben. Und da muss Staat, auch Europa, weil das sich anders nicht lösen lässt, national, da müssen wir in Europa klare Regeln aufstellen, was im Netz erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ausdrücklich, das Sperren und das Löschen von Radikalisierungsinhalten muss diskutiert und muss auch legislativ ermöglicht werden, sonst werden wir diese Regeln... Wollen wir nicht mal die Frage stellen, wie wir... Ich habe es eine Frage gestellt. Aber ist das der richtige Ansatz, den Herr Weber hat, nämlich der Radikalisierung irgendwie entgegenzuarbeiten? Ja, das ist alles richtig, aber es ist richtig, salafistische Vereine vielleicht früher zu verbieten, dann machen die allerdings im nächsten Keller weiter. Es ist richtig, hetzerische Inhalte aus dem Internet zu sperren, zu entfernen. Zehn Minuten später ist es irgendwo anders erhältlich. Natürlich. Es lässt sich nicht komplett blockieren. Aber das Grundproblem ist, wir diskutieren hier über einen organisch anwachsenden Salafismus, Islamismus. Aber das, was wir erleben, diese Anschläge, sind nicht das Ergebnis nur eines organischen Anwachsens, sondern sie sind hineingetragen worden. Sie werden verübt, weil in Raqqa, in Mosul sich die Führung überlegt, das ist jetzt für uns sinnvoll. Und egal, was wir hier tun, es wird, und ich weiß nicht, ob mir da zustimmt, es wird nicht reichen, nur hier einfach einen friedlichen Ausgleich zu finden, weil es gibt dort eine Zentrale, eine Organisation, die ist hochklug, die ist sehr planend, die will die Verhältnisse erschüttern, die will die Angst, die will sich weiter ausbreiten, die ist mitten dabei, die hat eine Stadt verloren, sie hat ein paar Straßen verloren, aber sie ist weit davon entfernt, geschlagen zu sein. Aber sie ist ja besiegbar. Ja, aber es geht ja um einen Ort. Nein, es geht nicht um einen Ort, es geht auch um Kubani und es geht um die Haltung dahinter. Ja, aber Kubani waren die amerikanischen Jets. Ja gut, aber es hat ja geklappt, zusammen mit den Kämpfern, weil die Bodentruppen waren die kurdischen Verteidigungs-Einheiten. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, dass wir da natürlich mit allen Mitteln rangehen müssen und dass da natürlich auch Bodentruppen rein müssen, bin ich von überzeugt. Wieso natürlich? Weil der IS besiegt werden muss und zwar als Rückzugsort. Der IS ist aber nicht das einzige Problem. Selbstverständlich nicht. Wir haben Al-Qaida gehabt beim 11. September, da gab es doch kein IS. Es gibt zwar eine desierte Gruppierung. Der Nahosten steht in Flammen. Die Ordnungen dieser Staaten sind zusammengebrochen. Der Irak ist zusammengebrochen, Libyen ist zusammengebrochen, Syrien ist zusammengebrochen. Die anderen Staaten sind bedroht. Plötzlich kommen Allianzen zustande, die wir nicht für Möglichkeiten haben. Die Iraner mit den USA. Da ist die alte Ordnung weggebrochen. Das heißt, natürlich müssen wir die jetzt militärisch bekämpfen. Aber was ist mit Politik? Was ist mit Diplomatie? Was ist damit zu fragen, warum werden die Menschen zu Tätern? Warum werden sie hier alles passieren? Es muss alles passieren. Aber ich will das ja nur verstärken. Auf militärischer Ebene, auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher. Mit wem reden wir hier eigentlich? Und wir sollten aufhören, vom Krieg zu reden. Beispielsweise. Wenn man dann eben verhandelt mit den Teilnehmern, wo man eben auch weiß, dass es Unterstützer gibt, das ist genau das, was Herr Reuter gesagt hat, dass man sagt, man will den IS bekämpfen, weil er gerade nützlich ist, und zwar für Wirtschaftspolitik und Machtinteressen, die durchgesetzt werden. Am Ende wird nicht der IS beschossen, sondern es wird benutzt, sozusagen. Und das ist das Problem, was ich mit dem IS habe. Denn, und da kommen wir wieder zum Thema Islam, der benutzt ja auch den Islam. Der benutzt eine Religion, aber das ist ja politisch, das ist ja unislamisch, was sie machen. Aber wo sind dann, wenn wir wieder nach Deutschland kommen, die 400... Das ist ein Islamismus ohne Islam, hat der Germani gesagt. Ja, oder für mich ist es sozusagen jede... Also ich sehe das halt so, dass ich denke, dass diese Religion benutzt wird dafür. Und dafür passiert mir zu wenig, weil ich rede wieder über Deutschland, denn hier leben wir. Es geht um unsere Sicherheit, die uns hier substanziell und akut bedroht. Und da finde ich, müssen wir uns verändern, und zwar alle. Die vier Millionen Muslime hier in Deutschland müssen sich auch verändern. und die müssen den Diskurs jetzt auch anstoßen. Und wir als Rechtsstaat, wir sind alle der Rechtsstaat, müssen jetzt auch was verändern. Wir können so nicht weitermachen. Wir haben ganz ehrlich gesagt, auch die letzten Jahre Syrien, wir Deutsche auch, wir Europäer insgesamt, stark über die Tagesschau wahrgenommen, stark über das Fernsehen und hatten nicht das Gefühl, dass uns das betrifft. Heute kommt Syrien, die Probleme in Syrien, bei der Frage Flüchtlinge in jedem Dorf in Deutschland an. Ja, vier Jahre zu spüren. Terror leider Gottes auch in Deutschland und in Europa an. Und deswegen müssen wir uns eingestehen, wir haben zu lange in den Fragen der Außensicherheitspolitik, auch der Fragen, wenn es um Afrika geht, Mali, Boko Haram, wo die dort von Franzosen bekämpft werden, wir haben zu lange weggeschaut. Wir haben uns zu lange nicht darum gekümmert. Und für die Zukunft heißt es auch, wir Europäer werden bei diesen Fragen stärker Verantwortung übernehmen müssen. In allen Facetten. Im eigenen Interesse. Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik und die Facetten, die anstehen. Und bei Syrien möchte ich mal einen positiven Gedanken einbringen, nämlich durch die Entscheidung von Holland, jetzt die europäische Solidarität einzufordern, nicht den NATO-Fall zu beantragen, sondern Europa, die Familie Europa um Hilfe zu bitten. Öffnet die Tür, deswegen war die Entscheidung gut, öffnet die Tür mit Putin, mit den arabischen Staaten, weil eben nicht NATO im Einsatz ist, mit Putin, mit den arabischen Staaten, um mit den Amerikanern gemeinsam vorzugehen. Dass wir in Syrien verstehen, es ist nicht unser größtes Problem, so schlimm Assad ist, es ist nicht unser größtes Problem, dass wir uns streiten zwischen den globalen Mächten außerherum, sondern unser größtes Problem ist, die Barbarei zu beenden und den Wahnsinn des islamischen Staates zu beenden. Dieser Wahnsinn, das ist dieser Wahnsinn, Herr Reuter. Wenn uns das gelingt in Wien, dann wären wir einen großen Schritt vorangekommen und die Chance besteht jetzt. Ich möchte Ihnen dazu noch was zeigen, weil wir haben ja jetzt kennengelernt, wollten wir gar nicht diesen mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge in Paris von Freitagnacht. Und dieser Mann ist ja auch wieder ein junger Mann, der aus der Mitte nicht unserer Gesellschaft, aber der belgischen Gesellschaft stammt, ist in marokkanischer Herkunft, aber in Belgien aufgewachsen und da sozialisiert und lässt sich ein auf diesen Wahnsinn, die der islamische Staat verkörpert. Und von dem wissen wir jetzt im Moment nicht, das hat ja am Anfang schon mal angetippt, ob er noch lebt oder ob er heute bei diesem Antiterroreinsatz in Saint-Denis auch unter den beiden Toten ist. Das wird sich aber noch klären. Aber was wir von ihm erfahren haben, wollen wir Ihnen mal zeigen. Just Terror, Einfach Terror, titelt heute der IS zu den Anschlägen von Paris in seiner Zeitschrift Dabique. Ein Hochglanzprodukt der Propaganda, das in den verschiedensten Sprachen erscheint, teilweise auch auf Deutsch. Ebenfalls in der heutigen Ausgabe das soll die Bombe sein, mit dem der IS das russische Flugzeug über dem Sinai zum Absturz gebracht haben will. Schon im Februar veröffentlichte das Magazin ein angebliches Interview mit Abdelhamid Abaoud, dem mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge in Paris unter seinem Kampfnamen. In Marokko geboren, in Belgien aufgewachsen. Damals wohl gerade in Syrien, sagte Abdelhamid Abaoud, Allah hat mich auserwählt, nach Europa zu reisen, um die Kreuzritter zu terrorisieren, die einen Krieg gegen die Muslime führen. Und fügt hinzu, ich bitte Allah, die fruchtbaren Taten der Märtyrer anzunehmen, die die Kreuzritter aus Amerika, Frankreich, Kanada, Australien, Deutschland und Belgien terrorisiert haben. Herr Reuter, also wir hören, eine Bombe kann man verstecken in einer Getränkedose, das will uns dieses Magazin und will uns der IS da suggerieren. Außerdem die raunenden Zitate dieses jungen Mannes. Hat er damit in Wahrheit die Anschläge angekündigt? Die spielen damit. Die spielen zum Beispiel mit einem Bekennerbrief zu Anschlägen, wie nach denen in Paris, die nichts enthalten an Täterwissen. Man sich fragt, okay, vielleicht waren das wieder Trittbrettfahrer. Genauso bei dem Anschlag auf dem Sinai. Sie haben mehrere Videos veröffentlicht und immer gesagt, ja, wir waren das. Haben dann Bilder gezeigt von Flugabwehrraketen, bis sich herausstellte, mit einer Flugabwehrrakete wurde dieses Flugzeug aber nicht getroffen. Und jetzt kommen sie zu dem von Ihnen gewählten Zeitpunkt mit dieser Ausgabe von DABEC, präsentieren, falls sie es ist, diese kleine Bombe und präsentieren noch einmal Herrn Al-Beljiki, der es gewesen ist. Sie spielen damit, wie viel Sie... Sind wir jetzt immer unter diesem About-Namen kennen. Aber ja, wie viel Sie rauslassen. Ich glaube, ein Element davon ist, Sie wollen nicht eine isolierte Terrorgruppe sein, die irgendwo zuschlägt und sich dann bekennt, sondern Sie wollen die Spitze einer ansteigenden Ermächtigungswelle sein. Macht. Macht, ja, aber mehr als nur Macht, ermächtigende Leute. Diese permanenten Videos in grandioser Qualität, die Geländewagen mit der Duschka, mit dem schweren Maschinengewehr, die marschierenden Männer, das Gemetzel, kurz, schnell geschnitten auf 230. Das ist ja wie World of Warcraft zum Mitspielen. Und für viele, warum waren die Quatschi-Brüder die auf die Charlie Hebdo gestorben, warum war einer von denen 2013 im Jemen zum Training, noch bei Alkaina, und 2015 kommt er auf die Idee, oh ja, ich muss ja noch den Anschlag verüben. Warum passiert das jetzt? Und was wir mitkriegen, ist, viele von den nicht immer klügsten, Radikalen aus den Vorstädten, aus anderen Orten, die vorher dachten, ja, irgendwie, ich bin vielleicht zornig, die haben jetzt das Gefühl, da ist eine Gegenmacht, da ist eine Macht, die ihnen sagt, ihr könnt Mitteile haben, was motiviert sie? Teilhabe, Teilhabe an der Macht, Teilhabe, die Speerspitze des neuen Kampfes zu sein. Das sind Verlierer unserer Gesellschaft, nicht nur Perspektive, die bekommen durch den IS die Alternative, und das ist das Gefährliche. Und diese Leute steigen auf, das waren die Attentate, zu denen der IS aufgerufen hat, diese ganz vielen kleinen, die es gegeben hat, in Australien, in Belgien, in Dänemark, das muss nicht mal der IS selbst gewesen sein, sondern er möchte, dass eine muslimische, ein Tsunami aufkommt, und er möchte ganz oben mitreiten, weil sonst hätte er ja von Anfang an sagen können, russisches Flugzeug, übrigens, hier ist die Bombe, das waren wir, Paris, hier sind die Täter, hier ist die Vita, und hier ist das kleine Video, was wir vorher getreten haben. Aber das ist ja ganz verlogen, was der Mann sagt, nicht wahr, die Ungläubigen, die, es gibt 100.000 Opfer oder was mehr des IS, die Moabedaner sind. Am gleichen Tag wie in Paris haben sie einen Überfall auf ein Lager im Libanon gemacht, haben Frauen und Kinder hingemetzelt, übrigens, unsere Opfersolidarität macht bisher bei Europa Halt, nicht? Diese anderen Opfer nehmen wir gar nicht wahr. aber, nehmen wir auch die Syrer nicht wahr. Ja. Da wird ein Land abgesagt, nicht ein Land zu spielen. Und zwar nicht erst seit heute, da haben Sie doch vollkommen recht, wir haben da zugesehen oder nicht einmal zugesehen, wir haben weggesehen. Ist dieser Abdelhamid, Abba Uth, den wir da jetzt auch nochmal zitiert haben, ist der einer von ganz vielen IS-Leuten, die in der Lage sind, denn man hält ihn für den mutmaßlichen Drahtzieher, einen derart koordinierten Anschlag in Europa zu verüben? Oder ist der jetzt mal besonders gefährlich oder besonders geschickt gewesen? Er war ein Ausführender. Aber das heißt nicht, dass er die Planung übernommen hat. Das heißt nicht, dass er den Befehl gegeben hat. Das heißt nicht, dass er abgewogen hat, sollten wir das jetzt tun oder nicht. Der IS ist extrem hierarchisch aufgebaut, sehr, sehr abgeschottet. Die eine Abteilung weiß nicht, was die andere tut. Wenn jemand präsentiert wird in Darbeck, als das ist sozusagen der Täter, kann man im Zweifelsfall davon ausgehen, das ist eine Inszenierung. Genauso wie der Kalif, der Posterboy der Veranstaltung ist, aber nicht einer von den Männern, die im Hintergrund entscheiden, wir machen das, wir machen das oder wir machen das. Ja, er war hier, er war sozusagen wahrscheinlich der führende Ausführer. Aber es gibt andere, die das auch könnten und er ist nicht der Kopf und wenn wir diesen Kopf töten, ausschalten, dann gibt es keinen Terror mehr. Ich glaube, was wir auch erkennen müssen, es gibt nicht den Dschihadisten. Es gibt den Verlierer, der mitläuft eine Zeit lang und wieder aussteigt, der irgendwelche Büchse und Spanndienste verrichtet, niedere Art und es gibt den Dschihadisten, der Führungsaufgaben übernimmt innerhalb Europas, Deutschlands oder wo auch immer. Und sein Leben opfert. Sein Leben opfert, aber auch da gibt es wieder nicht den Dschihadisten. Es gibt ja auch die Dschihadisten, die im Zweifel niemals den Sprengstoffgürtel zinten würden, im Zweifel nicht mal eintragen, sondern ihnen jetzt wirklich um den größtmöglichen Schaden an anderer Stelle angeht. Auf der anderen haben wir das ja auch in Paris erlebt. Es gab diejenigen, das waren nun überwiegend Leute, die wirklich ihr Leben geben wollten für das, was sie taten, aber an anderer Stelle haben wir es auch schon anders erlebt. Also es gibt, den einen Dschihadisten gibt. Wenn das so schwer zu beurteilen ist, Herr Pistuas, beziehungsweise so schwer zu belabeln ist vielleicht auch nur, was setzt der Rechtsstaat denn dann dagegen? Weil das hatten Sie mir eben während der März gesagt, dass Sie gesagt haben, dazu muss ich noch einen Punkt sagen. Es geht um das klassische Spannungsfeld. Ein Staat, der angegriffen wird, ein freiheitlicher, demokratischer Rechtsstaat, der angegriffen wird und der sich verteidigt, der hat einen Zwiespalt. Einerseits erwarten die Menschen in dem Staat, die Bürgerinnen und Bürger, dass der Staat sich wehrhaft zeigt, auch martialisch zeigt und eben auch kämpferisch zeigt. Natürlich, das erwarten die Menschen zu Recht. Aber wie weit darf das eigentlich gehen? Darf der Rechtsstaat, der freiheitliche Rechtsstaat sich selbst ganz oder teilweise in Frage stellen, um wehrhafter und kämpferischer zu sein? Tut Frankreich das schon? Mit der Folge, gleich, mit der Folge, dass er im Grunde genommen am Ende das Geschäft des Angreifers betreibt. Nämlich unsere freiheitliche Ordnung und unsere Grundrechte quasi selbst in Frage stellen und es dem Angreifer abnimmt. Ich halte es persönlich mehr mit der norwegischen Reaktion damals nach Breivik, auch wenn das nicht vergleichbar war, was die Art des Terrorismus angeht. Aber damals hat der norwegische Ministerpräsident Stoltenberg sehr deutlich gesagt, man greift unsere Freiheit an, aber unsere Antwort darf nicht sein, die Freiheit zu reduzieren, sondern unsere Gesellschaft noch freier zu machen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht nicht wirklich logisch, ist aber die einzige Waffe nach meiner festen Überzeugung, die einen freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat am Ende stärker macht und nicht schwächer. Ja, dagegen, wir sind deshalb... Frankreich ist dann falsch. Vor dem Hintergrund des Zwiespaltes, den ich gerade beschrieben habe, in dem eben auch eine Nation wie die Grande Nation Frankreich steht, das ist eine ganz schwierige Situation, muss der Staat sicherlich die ein oder andere Maßnahme machen. Aber die Frage ist, wo überschreitet er die rote Linie? Wo überschreitet er den Punkt auf No Return? Wo verliert er den Werterahmen seiner eigenen Nation, die die französische Nation gerade auch groß gemacht hat, aus dem Auge? Das ist eine Gratwandlung. Ich habe kein Patentrezept, wo der Step zu spät wäre. Aber dass er sehr wachsam passieren muss, davon bin ich überzeugt. Das Verfassungsgericht hat 14 Mal nach dem 11. September Entscheidungen der deutschen Parlamente und Administrationen korrigiert. Da sind wir über das Ziel hinausgeschossen. Die Amerikaner haben nach dem 11. September den schrecklichen Petret Act verabschiedet. Das Ergebnis ist NSE. Eine weltweite Überwachung bis in unseren Computer hinein. Also das sind Ausschläge, die eigentlich uns selber infrage stellen. Uns in unserer Identität, unserer Menschenwürde-Identität infrage stellen. Und das darf jetzt hier nicht passieren. Also der Wunsch nach Gesetzesänderung hält sich ja in Deutschland Gott sei Dank im Moment noch in Grenzen. Normalerweise ist das der Reflex. Der normale, schnelle Reflex. Irgendeine Symbolhandlung, man macht ein Gesetz und denkt, das Problem ist gelöst. Das ist nicht der Fall. Aber ich meine, dass Sie mit Recht darauf hinweisen, dass wir uns mit unseren Werten verteidigen müssen. Und wir müssen die Wahrheit sagen. Wir müssen sagen, wir sind nicht hinreichend geschützt. Das geht gar nicht. Wenn ein Selbstmordattentäter in ein Konzerthaus geht, was soll da noch geschützt werden? Man kann präventiv tätig werden. Wir müssen der Bevölkerung sagen, wir können euch nicht hinreichend schützen. Wir können alles tun. Aber das ist keine Garantie. Und wir werden alles tun auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur hier, sondern wir müssen uns kümmern um die Verhältnisse, die den IS über Erbters möglich gemacht haben. Wir müssen uns kümmern auch um die jungen Leute, die hier leben, die abgleiten. Da gibt es ja Präventivprogramme. Das ist sehr schwierig, Leute aufzufangen, die auf dem Wege sind. Leute wieder zurückzuholen in die Gesellschaft, die aus Syrien oder anderen Kriegsgebieten zurückkommen. Das ist mühsam. Aber die Wahrheit müssen wir sagen. Die Wahrheit. Wir können euch nicht schützen. Erlebt das Volk der Jesiden auf ganz furchtbare Art und Weise. Frau Teckel hat einen Film gedreht über ihre Religionsgemeinschaft. Sie war mit ihrem Vater im August 2014 im Norden des Iraks, im syrisch-irakischen Grenzgebiet, so kann man glaube ich sagen, und hat dargestellt, was die Jesiden dort erleiden, weil sie unter diesem schrecklichen islamischen Staat zu leiden haben. Die Jesiden, ein Volk auf der Flucht vor dem IS. Düzin Teckel ist im Sommer 2014 im irakisch-syrischen Grenzgebiet mit der Kamera dabei. Jetzt verenden hunderte Jesiden qualvoll in den Bergen, weil sie nichts zu essen und zu trinken haben. Der Tod ist für viele schon fast eine Erlösung. Düzin Teckel trifft Frauen, die vom IS entführt, missbraucht und verkauft wurden. Ein Martyrium für tausende von Mädchen und Frauen. Für wie viel wurden sie verkauft? Das Leid der Jesiden. Verzweiflung im irakischen Parlament. Nach allem, Frau Teckel, was den Jesiden angetan worden ist jetzt bereits. Haben die noch Hoffnung, dass man ihnen hilft? Und wenn ja, worauf hoffen sie? Das ist eine schwierige Frage. Vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es dort zum Völkermord gekommen ist, seit dem letzten Jahr, mitten in 2014. Und viel wichtiger finde ich an dem Thema der Jesiden, dass es ein Exempel dafür statuiert, wie man endet, wenn der islamische Staat Überhand gewinnt. Denn an dem Tag, als die IS-Mitzen dort eingefallen sind, waren sie schutzlos ausgeliefert. Und innerhalb von Minuten wurden Kinder zu vollweisen und Achtjährige vergewaltigt, Frauen mitgenommen, Väter mitgenommen, enthauptet, Kindersoldaten, die gegen ihr eigenes Volk eingesetzt werden, mit perfiden Mitteln, Massengräber, die gerade entdeckt worden sind, wo Kinder drin liegen, tote, junge Mädchen, wo Mütter gehofft haben, die sind noch in den Händen des islamischen Staates, aber lebend. Und dieser Horror spielt sich mitten in 2014 ab. Und Krieg macht traurig, macht wütend, aber auch ehrlich. Und mit diesem Blickwinkel versuche ich auch, die Situation hier einzuordnen. Weil sie für mich nicht losgelöst davon zu verstehen ist. Denn die Mehrheitsgesellschaft lernt uns Jesiden kennen über den IS-Terror, aber wir kennen das nicht anders. Wir kennen das nicht anders. Seit acht Jahrhunderten kommt es zu diesen Massakern. Und wir haben Muslime immer als Verfolger und als Beschützer erlebt. Beides. Aber wir waren ihnen immer schutzlos ausgeliefert. Und jetzt, wo der Terror weiterzieht, also auch nach Europa, sind die Jesiden die ersten, die aufstehen. Weil sie sagen, wir haben Stellvertreterkrieg da erlebt. Und die haben Schilder hochgehalten im letzten Jahr mit Schildern wie Heute, wir, morgen, ihr. Da wurden wir belächelt. Erinnern Sie sich dran? Das waren diese Schilder. Heute, wir, morgen, ihr. Und wir wissen, wovon wir reden. Und ich glaube, dass man diesen Menschen genau zuhören muss. Und wenn Sie fragen, ob Ihnen geholfen wird, diese beiden Kinder, die Sie gerade gesehen haben, die sind immer noch dort. Und die sind immer noch Vollweisen. Und selbst die, die geflüchtet sind, harren aus in den Camps. Und man redet da von Entwurzelungen, die haben ja gar kein Zuhause mehr. Und der IS hat im Fall der Jesiden sein Ziel leider erreicht. Das hat bei einer Zahl von einer Million weltweit, ist das ein herber Verlust. Und es sind immer noch bis zu 5000 Frauen in den Händen des Islamischen Staates. Und keiner redet da drüber. Also, man redet da drüber, aber man geht weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und das können wir bei diesem Thema nicht. Und das ist der Grund, warum ich sage, Entschlossenheit. Und das Übel an der Wurzel packen. Was natürlich auch ideologisch geprägt ist. Deshalb die Frage, worauf setzen auch die Jesiden, worauf setzen sie? Sie sagen, das Übel an der Wurzel packen. Wie ginge das denn? Es ginge so, dass zum Beispiel die Erkenntnis gewonnen wird, dass den Jesiden vor Ort nicht geholfen werden kann. Das muss geregelt werden. Auch über Europa. Auch über den Westen. Auch über eine Weltgemeinschaft. Also eine Autonomie in der Autonomie. Mit welchen Mitteln? Mit welchen Mitteln, indem man vielleicht auch über Blauhelme nachdenkt. Indem man auch die Zentralregierung in Kurdistan unter Druck setzt. Denn machen wir uns nichts vor. Wir sind in Deutschland. Deutschland hat eine Lieberposition weltweit. Die kann man auch mal selbstbewusst annehmen. Auch mal direkt und nicht nur indirekt. Wir liefern Milliarden. Entwicklungsminister fahren hin, investieren Milliarden. Waffenlieferungen. Das findet alles schon längst statt. Aber bitte knüpft das an Bedingungen. An Bedingungen in die Zivilgesellschaft. Und gibt den Menschen dadurch Möglichkeiten. Nicht nur Jesiden. Wir reden auch von Christen, die dort kein Leben mehr haben. 0,1 Prozent. Kein christliches, jesidisches Leben mehr in den Herkunftsländern. Wollen wir das? Und hilft es, was Frankreich jetzt macht, die ihre Luftangriffe verstärken beispielsweise? Hilft es, dass der französische Präsident vom Krieg redet? Es hilft insofern, als dass ich das Gefühl habe, und ich glaube, das deckt sich mit vielen Jesiden oder auch Syrern, die alle diese Leiterfahrung gemacht haben, dass zumindest jetzt anerkannt wird, an welchem Punkt wir uns gerade befinden. Und dass das eben nicht nur ideologisch gelöst werden kann oder in der Debattenkultur, die wir ja hegen und pflegen und wo wir unsere Gründe haben, aber das, der IS versteht diese Sprache nicht. Und deswegen müssen selbstverständlich, müssen dort Bodentruppen, die dort vor Ort sind. Ich bin dagegen, dass Europäer reingehen. Aber zumindest muss man die Bodentruppen robust ausstatten und das hat bis heute auch nicht stattgefunden. Da findet auch ein Katz-und-Maus-Spiel statt. Und da werden die Leute eben entsprechend aufgerieben. Aber wenn Leute von außen reingehen, müssen doppelt so viel reingehen, sie kennen sich nicht aus, die kriegen das gar nicht hin und dann gewinnt der IS Zeit. Das muss man ganz pragmatisch einfach erklären und umsetzen und das auch offen thematisieren. Und ich glaube, in Bezug auf die Jesiden, 500.000 sind auf der Flucht und die andere Hälfte ist in der Diaspora. Aber wann haben das letzte Mal reguläre Boden- und Lufttruppen einen Gegner wie diesen besiegen können? In Mali beispielsweise. Die Franzosen, auch mit deutscher Unterstützung, sind dort und kämpfen Boko Haram gegen Boko Haram. Und wenn wir dort nicht präsent wären, wäre das Land heute bereits an die Islamisten gefallen. Einverstanden. Deswegen kann man nicht sagen, die Alternative dazu wäre ja zu sagen, wir kümmern uns gar nicht darum, was in diesen Regionen passiert. Das haben wir immer gemacht. Deswegen, wir werden gefordert sein. Es ist ein Kampf. Es ist vor Ort ein Krieg. Die Menschen empfinden das auch sehr. Herr Reuter, die Frage ist doch, es gibt ja auch jetzt schon sehr, sehr viele Luftangriffe, die geflogen werden beispielsweise. Es gibt Volksmilizen, es gibt Nationen, es gibt die US-geführte große Internationalallianz, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, den IS zu bekämpfen. Einzudämmen. Einzudämmen. Und irgendwann mal zu vernichten. Hilft das dann alles nicht? Nein, der Punkt ist, es hat es tatsächlich eingedämmt. Aber ein Krieg, den ich erkläre und dann nicht gewinnen, ja nicht einmal wirklich führen kann, weil man nur aus der Luft im Moment angreifen kann, wird als Niederlage gesehen. Das ist Hollands großes Risiko. Er tut das, was er tun muss, aber gleichzeitig, wenn es leere Ankündigungen sind, weil man bombardiert Racker, dass man seit 15 Monaten bombardiert. Diese Camps sind längst leergeräumt. Da stehen ein paar Wächter, die sind jetzt tot. Aber der IS ist nicht getroffen worden, weil alle wichtigen Leute leben zwischen Zivilisten in den zivilen Vierteln. Die Zivilisten dürfen die Ortschaften nicht verlassen, ohne Passierschein, der genau kontrolliert wird. Aus der Luft wird das nicht funktionieren. Sie wären also auch für Bodentruppen, ähnlich wie Frau Teckerl. Es geht darum, welche? Dortige Kräfte? Nein. Mali war einfach. Mali war einfach, weil Mali gab es sozusagen den Rest gegen die Dschihadisten. Wir haben im Irak und in Syrien, haben wir bereits andere Kriege, die es unmöglich machen, überhaupt gegen den IS zu kämpfen, ohne ihn weitere hunderttausende Rekruten zuzutreiben. Insofern müsste man vor allen Dingen in Syrien den Krieg, der dort immer noch 30, 40 Mal mehr Opfer fordert als der IS, über den nur seltener berichtet wird. Assad stellt es auch nicht so zur Schau, wenn er Leute umbringen lässt. Insofern müsste man diesen Krieg überhaupt erst einmal beenden, um den IS am Boden bekämpfen zu können. Und das ist das, was Hollande in seiner Eile, seiner Not vielleicht übersehen wird, dass man diesen Krieg beenden muss. Es ist ein bewaffneter Konflikt mit Terrormilizen. Das Kalifat ist kein Staat, dem man den Krieg erklären könnte. Verstehen Sie, wir haben auch hier keine Kombatanten, die in den Krieg ziehen, sondern Verbrecher. Das sind Schwerverbrecher, die gar nur das Ziel haben. Aber das ändert nichts daran, dass sie ihn nur am Boden besiegen können mit den Leuten, die dort leben. Ich will jetzt nicht über die Strategie, ich bin kein Militär, ich weiß nicht, wie man das macht, ob man erfolgreich ist. Ich habe nur die Beispiele vor Augen, wo wir nicht erfolgreich waren. Ja, aber aus denen kann man jetzt sehr vieler gemacht werden. Die auch da sein. Der Westen muss einig sein. Oder die Völkergemeinschaft muss einig sein. Es wird nicht nur an Militärstiefeln verhandelt, sondern auch an den Krawatten der Politiker. Und das muss vielleicht mal ankommen, dass man eben auch mit den entsprechenden Menschen, die dort eben auch regieren, wo Verbindungen stattfinden, wie beispielsweise Saudi-Arabien oder die Rolle der Türkei, wie gehen wir mit der Türkei um im Rahmen der EU, warum machen wir uns erpressbar? Das sind doch so viele Fragen, die wir mal ehrlich angehen. Und es sind auch so viele widerstreitende Interessen, Herr Weber. Ich habe immer den Eindruck, da gibt es überhaupt keine Einigkeit. Die wird zwar behauptet, vielleicht kann man sich gerade darauf versammeln, dass der IS bekämpft gehört. Aber dann hört es schon auf. Danach hört es auch auf. Das wäre auch ein großer Fortschritt, wenn uns jetzt bei den Wiener Gesprächen, die ja derzeit stattfinden zu Syrien, erst mal sitzen alle Beteiligten im syrischen Konflikt an einem Tisch und reden miteinander. Erster Fortschritt. Zweiter Fortschritt. Alle Beteiligten. Alle Beteiligten. Alle hat man da nicht gesehen. Alle externen Kräfte, Sie haben recht. Die Klarstellung ist richtig. Wir haben erstmals alle am Tisch, die daran beteiligt sind. Wir haben jetzt beim G20-Gipfel in Türkei Beschlüsse gefasst, bekommen Gott sei Dank zu der Fragestellung, das Krebsgeschwür trocken zu legen, die Finanzierungsstrukturen des islamischen Staates anzupacken, die Frage der Waffenlieferung in die Regierung hinein. All diese Fragestellungen werden jetzt angepackt. Erstmals konzertiert. Nein, das sind dieselben. Sondern die Finanzierungsstrukturen, das hat uns Obamas Regierung seit über einem Jahr erzählt, wir werden die Finanzströme trocklegen. Das können Sie aber gar nicht. Solange Iran nicht am Tisch sitzt, der Araber nicht am Tisch sitzt, kann doch der USA das nie alleine entschauen. Was ist die große Frage? Die Finanzströme des IS bestehen zum Großteil, weil die sich frühzeitig unabhängig gemacht haben, aus dem Auspressen der 5 bis 8 Millionen, die unter ihrer Partei leben. Und das tun sie, weil sie wissen genau, wem was gehört. Sie haben sofort die Banken, die Havala, Wechselstuben, wo Geldtransfers vorgenommen werden, geplündert. Sie haben die Katasterämter übernommen. Was ist an den Gerüchten dran, dass sie in Geldnot sind? Es geht ihnen nicht sonderlich gut. Aber der Punkt ist, sie erwirtschaften das Geld auf eine Art und Weise, die man ihnen nicht wegnehmen kann. Die Frage der Waffenlieferung in der Munition. Doch, kann man ihnen wegnehmen. Sie haben profitiert von immer neu eroberten Gebieten und haben dort die Leute ausgepresst. Ja, und das tun sie weiter. Wenn das zu Ende ist, ist da schon mal eine Quelle ausgetrunken. Ja, aber 8 Millionen Leute wollen sich alle sterben lassen. Sie müssen die Leute ernähren. Humanitäre Organisationen liefern medizinische Güter, liefen zum Teil Nahrung ins IS-Gebiet, weil sie sagen, wir können die Leute doch nicht verhungern lassen. Und der IS sagt, bitte liefert. Diese Organisation ist nicht so dumm, wie man sie gerne darstellen würde. Ist sie dann besiegbar? Ja, natürlich ist sie besiegbar. Und wie? Indem sie den Krieg in Syrien beenden. Indem sie auf der irakischen Seite die Sunniten unschieben. Da springen Sie jetzt so schnell drüber, Herr Reuter. Das ist ja das, was sich alle wünschen seit 4 Jahren, dass man den Krieg in Syrien beenden könnte. Sie hatten Geheimverhandlungen des Centers for Humanitarian Dialogue, einer UN-Vorfeldorganisation in Lausanne 2013, wo Leute aus beiden Lagern, der Opposition und dem Regime relativ rasch zu der Übereinkunft oder Übereinstimmung kamen. Wir können weitermachen. Wir können dieses Land bis zum letzten Haus einäschern, weil keiner kann den anderen besiegen. Und dann was? Dann ist nichts mehr da, worüber wir gewinnen können. Aber es ist vielleicht Al-Qaida noch da und andere. Al-Qaida, vergessen Sie Al-Qaida in Syrien. Das ist ein Emblem. Nein, Sie müssen die beiden... Immerhin ganz wirkungsvoll in New York. Das, was wir uns heute unter Al-Qaida vorstellen hatten, oder das, was wir uns darunter vorstellen, hat so gut wie nichts mehr mit dem zu tun, was da in Syrien mit einer Al-Qaida-Flagge herumläuft. Wir sind seit 3 Jahren so nah am Waffenstillstand, wie noch nie vorher bei diesen Wiener Gesprächen, die jetzt stattfinden. Wir sind noch ein Stück am Arbeiten, aber wir waren noch nie so nah dran. Das heißt auch, ein paar Wahrheiten zu akzeptieren. Zum Beispiel für uns, obwohl Assad Massenmörder seines eigenen Volkes ist, heißt es für uns zu akzeptieren, dass wir mit dieser Kriegspartei werden, in irgendeiner Form zu Kompromissen kommen müssen. Das sind ein paar ehrliche Wahrheiten, und ich wiederhole meine Ausgangsthese. Paris hat in dem Sinn auch den Effekt, dass sich alle jetzt, auch wir Europäer, gesamte Europa, sich besser bewusst wird, dass wir mehr das Gemeinsame sehen müssen und nicht das Trennende sehen müssen, wenn es in Syrien um den gemeinsamen Feind geht. Wir müssen feststellen, dass wir mit dem Islamischen Staat oder mit Boko Haram in Nigeria keine Gespräche werden führen können, keine Kompromisse, keine Verhandlungen werden führen können. Es wird um die Frage gehen, dieses Krebsgeschwür trocken zu legen und zu bekämpfen. Und da bin ich voll an der Seite, dass das nicht in allererster Linie der Westen machen darf. Das ist die Lektion, die wir aus dem Irak lernen müssen, was die Amerikaner falsch gemacht haben, dass das nicht der Westen als Kreuzritter machen darf, sondern dass es unbedingt uns gelingen muss, mit anderen Parteien, zum Beispiel Ägypten war im letzten Terroranschlag betroffen, mit Iran, mit Saudi-Arabien, gemeinsam einen Weg zu finden. Und auf dem Weg sind wir unterwegs und da muss Europa vorangehen. Das ist unsere Aufgabe. Entschuldigen Sie, aber das ist eine naive Hoffnung. Wien, das letzte Treffen, hat vereinbart, dass man wenigstens das Abwerfen von Fassbomben, diesen gigantischen Behältern, das sollte man beenden. Es gibt ja eine UN-Sicherheitsresolution, der Moskau sogar zugestimmt hat. Die ist ein Jahr alt, ein Ende der ganzen Bombardements von Städten und Dörfern. Dass sie nicht eingehalten wird, dass zwei Drittel aller schweren Bomben erst danach gefallen sind, wird ja nicht mal thematisiert. Es wird geredet, 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 ohne dass irgendwas passiert. Aber Herr Reuter, jetzt will ich einladen, Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie nur darin auch die Möglichkeit sehen, diesen Krieg zu, oder den IS zu besiegen. Dass erstens der Krieg in Syrien zu beenden wäre und dann, wie ging es weiter? Sie wollten es ja auch schnell lösen. Jetzt kommt ein hoffnungsvolles Signal, da sagen Sie, naiv. Nein, nein, mir wird immer vorgeworfen, es sei naiv oder es sei unmöglich, aber Sie werden mit der Familie Assad an der Spitze dieses Regimes, werden Sie keinen dauerhaften Frieden bekommen. Es muss mit Iran, Russland, die das am Leben erhalten, das wäre der einzige Weg, eine Übereinkunft gefunden werden, dass beide Parteien zusammengehen können, diese Familie ins Exil geschickt wird und ansonsten weitreichende Amnestien gelten für alles, was man sich angetan hat. Das war zumindest die Überzeugung vieler Syrer, um zu verhindern, dass man sich weiter zerfleischt, dass man diese extrem ausgepowerten beiden Parteien, und aus beiden Lagern kommen die Flüchtlinge nach Deutschland, die kommen nicht nur aus dem, und sie kommen genauso aus dem anderen, dass man die zusammenbringt und sagt, die Kämpfe hören auf, dieses Land bleibt erhalten und es gibt ein großes gemeinsames Projekt, an dem nämlich beide ein Interesse haben, den IS aus den zwei Dritteln des Landes zu bereiten, in dem er jetzt sitzt, und zwar das mit internationaler Unterstützung. Und wenn das geschehen ist, ist dann Hoffnung, ja? Dann ist Hoffnung, ja. Und das will der IS verhindern. Aber was mir noch nicht ganz einleuchtet, Herr Reuter, das hört sich schön an, aber wir kriegen ja noch nicht mal die Geschlossenheit hin, um eine europäische Außenpolitik wirklich zu definieren. Wien ist ein Ansatz, da gebe ich Ihnen recht, ein wichtiger Ansatz, aber wenn Sie sagen, wir brauchen eine Geschlossenheit, dann stimme ich Ihnen ja zu. Nur wie soll die sich eigentlich Ausdruck verschaffen? Das läuft ja immer wieder auf die... Mit der Wehrhaftigkeit an der Demokratie, über die wir die ganze Zeit sprechen. Wehrhaftigkeit an der Demokratie, aber nach innen oder nach außen. Sowohl als auch. So hat sich die Welt verändert. Ja, aber sobald wir in Syrien stehen, mit Bodentruppen, von wem auch immer geführt und von wem auch immer bestückt, haben wir eine Kriegssituation. Haben wir die nicht jetzt auch schon? Eine erweiterte Kriegssituation. Das ist die Frage. Ich maße mir nicht an, die abschließende Meinung schon zu haben, und dafür ist die Frage viel zu kompliziert. Das sehen wir ja auch wunderbar in dieser Runde. Ideologien spielen eine Rolle, Grundüberzeugungen spielen eine Rolle und vor allen Dingen auch die Frage, welche Hoffnung kann man eigentlich mit welcher Lösung verbinden? Aber zu glauben, wir würden jetzt plötzlich eine Geschlossenheit zwischen Russland, den europäischen Nationen, womöglich auch den Vereinigten Staaten in der Frage hinkriegen, mit wem reden wir eigentlich? Assad und seinen Gegnern? Und was schaffen wir für eine Überwirkungslösung? Den Ansatz sehe ich im Augenblick überhaupt noch nicht. Das ist eine Herausforderung. Es geht ja um die Frage, ob wir die Kraft haben, das jetzt anzugehen. Wir sollten es doch versuchen. Europa nähert, als Europa näher an der Lösung, als wir jemals waren. Und es gelingt nur, wenn Europa sich einig ist. Das ist aber der spielende Punkt. Ich nehme das als einen hoffnungsvollen Schlusssatz. Wir sollten es versuchen, hat Herr Baum gesagt. Was anderes wird auch kaum bleiben. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie bei uns waren. Danke an Sie auch. Nächsten Mittwoch sind wir wieder dran. Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss.